ja hallo herzlich willkommen zu einer weiteren folge farcry 5 mit dem anderen heute mit dabei der miguel hier ich hab mal jetzt eine koopartie aufgemacht ja das ist schon die zweite angelrote die du hast ja das ist meine angelrote das ist die hier wenn du den stör gefangen hast so wir gehen jetzt also einmal müssten wir hier einmal mit diesem weight sprechen der gibt uns quasi die mission hier ist er auf dem boden wir wollen jetzt quasi den bären uns holen also gucken mal auf der karte wir müssen einmal hier zu diesem fangzentrum und der gibt uns dann die quest für den für den bären hier erreiche die angelstelle weight will dass du seinen verschwundenen bären cheeseburger findest und rettest da gehen wir jetzt hin wie gelbe porten uns mal nach oben hier so diese land stone flugplatz ja nur du kannst porten ja du ziehst mich direkt okay okay und dann angeln wir da gemeinsam mal um den bären vielleicht so ein bisschen lachs er ist irgendwie auf einer lachs diät und den kriegen wir dann auch als begleiter also heißt es jetzt an der stelle gibt es nämlich auch königs lachs aber die normalen also nicht die schweren und gehen wir mal runter hier ich nehme es mal sicherheitshalber meine waffe raus so erreiche die angelstelle müssen jetzt einmal hier runter und da gleich da und hier gibt es ja nämlich auch den königs lachs zu angeln und er ist ja wie gesagt auf einer lachs diät so ich würde sagen frisch gefangener lachs dann mal los michael ja du schützt mich dann falls jetzt hier irgendwie ein gegner kommt aber wir können erst mal angeln ich bin erst mal ich sehe die noch gar nicht raus springen die fische die stehen bei mir im wasser läuft sie sind dass ich ein fisch an der angler ja ich sehe dich gerade drinnen ich habe glaube ich die falsche stelle mal schon mal rein du siehst mich doch auch hier oder nicht so hier vorne müssen wir auswerfen einfach nur vor die füße hier aber wir haben schon die fest fertig ich werde auch noch einen lachs angeln los kommen wir haben jetzt noch ein paar lachse hier woher der hinterricht ist nur hier so als haben wir den königs lachs geangelt 14,2 pfund so michael schon unterwegs wird ach da bist du okay ja also hier wie gesagt an der stelle könnte den lachs angeln wo ich immer wieder hier meine waffe und dann mal los gehen wir da mal den bären holen ach so guck mal gerade ob wir da uns hinparken können ja wir porten uns dahin linero baubedarf reisen wir hin ja wie gesagt wenn ihr im koop spielt ihr habt halt nur den fortschritt den der der hostet aufmacht aber michael deine waffen hat es jetzt trotzdem ne ja ja ach der hintergrund bildschirm ist so geil mal sehen wir die grafik im spiel mal so aussieht so hier haben wir auf wir müssen hier alles töten los kommen wollen schleichen oder wollen wir drauf los weil die können alarm auslösen wie machen wir das schleichen oder drauf los wo ist michael jetzt lol du hast das spiel verlassen internet ah schade kommt schon helikopter wie sich mal die gegner an da muss ich wieder neu einladen oder was ja ganz kurz nur neu einladen muss mal kurz gucken hier schiff zwei du bist doch im koop ich lade dich noch mal ein aber nicht dass wir das spiel komplett neu starten müssen das wäre dann nicht so gut bei einladungen habe ich dir geschickt immer sicher als halber falls jetzt nicht mehr mit reinkommst und den anderen teamgefährten ja du bist wieder beigetreten das bist nicht du partner ist gespawnt da bist du ja dann wollen wir die lautlos oder wollen wir einfach rein da ist ja langweilig die wir mal mehr gegner hier hallo das war's ne suchgebiet irgendwas ist hier noch jetzt haben wir den bären mal guck mal jetzt geben ihm den lachs auch guck mal wie waren da nur drei gegner er war ja lächerlich war die heutige die läuft ja das war's schon das ging ja fix oder jetzt jetzt kommen welche jetzt kommen welche hinter die sektor an cheeseburger zu fangen und müssen ihn beschützen ja du musst hochlaufen die treppe oh hier ist ein dicker aber schon tot boah alter hier gedreht die aften gell oh gott hinten ist noch ein gegner oh hier kommt noch mehr boah alter boah der greift sogar den gepanzerten an lol 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 so lange er bei dir ist weiß ich dass es ihm gut geht wo rennt der denn hin ihn nicht mit Cheeseburgern zu füttern. Weil er Diabetes hat. Weil er Diabetes hat, darf er keine Cheeseburger essen. Das Recht, Waffen zu tragen. So, jetzt können wir den mal gleich in unser Team hier drauf nehmen. Vielleicht mal Cheeseburger adden hier. Ja, wenn ihr hier im Koop spielt, wenn ihr hier im Koop spielt, habt ihr maximal immer nur einen Gehilfen hier. Was ist das denn hier? Hier fährt einer weg. Ne, das ist einer von uns, oder? Ne, das sind Gegner, ne? Ich durchsuche bloß nochmal hier ein bisschen, ob hier noch irgendwas ist. Weil vielleicht sind hier noch irgendwelche Fishing-Häftchen. Kann nämlich gut sein. Hier haben wir Akten. Oh, wir haben Plattenkiste für ein Stück. Haben wir alles voll. Vielleicht liegen hier irgendwo noch so eine Heftchen rum, weißt du? Ja, ja. Aber ich glaube hier hinten nochmal hier hinten nochmal lang. Aber ich glaube hier ist nichts mehr. Nö, hier ist nichts mehr, ne? Oder? Hier oben auf dem Wasserturm. Vielleicht gehe da mal nochmal kurz hoch. Weil da ist so ein kleines graues Zeichen. Schauen wir, was da ist. Ja, da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Ah ja, hier liegt ein Heft. Fishing! Löffelstörf. Hier neue Angelgebiete. Sehr schön. Danach habe ich doch gesucht. Ja, wie gesagt. Also immer in Ausschau halten hier. Aber wir können hier eigentlich auch runterspringen im Fallschirm. Ja, gut. Würde ich erstmal sagen. Ich und Miguel, wir melden uns dann auf jeden Fall. Wenn wir hier das Gebiet hier haben. Oder wenn wir noch eine Angelquest oder eine Jagdquest oder irgendwie sowas noch haben. Aber Miguel hatte gesagt, es gibt unten rechts glaube ich noch eine Angelquest. Die gucken wir uns auf jeden Fall dann auch nochmal an. Und wenn wir eine Jagdquest haben, bin ich auch nochmal wieder dabei. Ja, dann erstmal vielen Dank an Miguel, ne? Ja, gerne. Wir clean jetzt hier erstmal das zweite Gebiet. Und dann werden wir uns mal aufmachen, ja, die Rekorde zu fangen. Miguel, unten fehlen ja auch noch die Rekorde, ne? Ja. Genau. Ja. Alles klar. Und erstmal vielen Dank und dann bis zur nächsten Folge und dann bis zur nächsten Folge. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.